Hallo Leute, heute habe ich mal ein Mining-Video für euch. Für meine ganzen Mining-Freunde auf dem Kanal möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Bitcore minen könnt. Vielleicht werden einige Leute Bitcore kennen und auch schon wissen, wie man das meint oder sagen, NiceHash ist viel cooler, aber ich möchte euch einfach nochmal einen alternativen Weg zeigen, wie können wir direkt Bitcore minen, also eine Kryptowährung minen, die es nicht mal auf NiceHash gibt. Das heißt, die kann unter Umständen natürlich auch profitabler sein als das, was man gerade bei NiceHash machen kann. Plus die Auszahlung ist natürlich um einiges einfacher als derzeit bei NiceHash. Man muss kein Vermögen ansammeln und da wollte ich euch einfach mal einen alternativen Weg zeigen, wie ihr das Ganze minen könnt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze direkt an meinem PC an, reden nicht lange drumherum und ja, danach wisst ihr auf jeden Fall, wie es funktioniert. Bis gleich Leute! Bevor ich auf das Mining zu reden komme, möchte ich euch erstmal kurz vorstellen, was ist eigentlich Bitcore. Bitcore ist ein Bitcoin-Fork, wobei die Leute, die Bitcoins zu einem gewissen Zeitpunkt X besessen haben, die haben automatisch pro Bitcoin einen halben Bitcore bekommen, wenn sie ihren Private Key hier genommen haben und ja, ihre Bitcores geclaimt haben. Ja, für die Leute, die das Ganze verpasst haben, die können das natürlich theoretisch immer noch machen und ihre Bitcores claimen, aber es gibt auch die Möglichkeit, die Bitcores zu minen. Insgesamt gibt es 21 Millionen Stück, wir haben hier eine Block-Size von mindestens 10 MB, 20 MB durch Segwit. Ja, Bitcore hat auch Segwit aktiviert, eine Block-Time von zweieinhalb Minuten. Die Blockchain ist momentan nur 300 MB groß und ganz besonders interessant für uns Miner ist der Mining-Algorithmus, der Time-Travel-10 ist, also ein reiner GPU-Algorithmus und deswegen mache ich ja auch dieses Video. Das Interessanteste daran ist eigentlich, dass wir relativ unkompliziert das Ganze minen können und dass die Auszahlungsgrenzen sehr, 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 sehr gering sind. Das heißt, bei NiceHash müssen wir ja teilweise Monate warten, bis wir diese Auszahlungsgrenzen erreicht haben und bei Bitcore ist es eben viel, viel einfacher. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, was ich hier schon gemeint habe, also alles, was hier auf diesem Bitcore-Wallet ist, habe ich mit meiner R9 270X gemeint, die ja schon wirklich uralt ist und trotzdem habe ich hier schon ein bisschen was angesammelt. Ein Bitcore ist 20 Euro wert, also wir wären hier bei, ja, 40 Cent, die ich hier tatsächlich schon verdient hätte. Immerhin, ich habe das auch nur testweise laufen lassen. Ja, ihr könnt euch das dann mal anschauen, ob das für euch lohnenswert ist, aber sofern ihr eine neuere AMD-Grafikkarte habt, Nvidia geht natürlich auch, dann könnt ihr da teilweise mehr verdienen, als wenn ihr das Ganze auf NiceHash laufen lasst. Ich habe das geprüft, also auf NiceHash verdiene ich momentan fast nichts und dagegen ist das, was ich hier innerhalb von zwei, drei Stunden gemeint habe, schon wirklich sehr, sehr viel. So, soviel zu Bitcore. Wo könnt ihr Bitcore runterladen? Hier gibt es eine Seite, kommt ihr natürlich auch direkt von der Bitcore-Seite drauf. Ich kann euch die Links natürlich auch alle nochmal in die Beschreibung packen. Einerseits braucht ihr zuerst natürlich das Bitcore-Wallet. Das bekommt ihr, wenn ihr hier drauf drückt, das runterladet, installiert. Ganz einfach, ich denke, das bekommt ihr alle hin. Die Blockchain ist übrigens sehr, 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 sehr schnell synchronisiert, da sie nur 300 Megabyte groß ist und wirklich auch sehr schnell runtergeladen ist. Bei mir hat das 20 Minuten gedauert. Dann brauchen wir hier unten noch die Windows-Miner. Einmal dann hier draufklicken. Natürlich geht das auch für Linux. Könnt ihr euch also auch runterladen, wenn ihr Linux-Nutzer seid. Ansonsten hier die Windows-Miner. Hier gibt es den sogenannten Bitcore-Pool. Also den können wir auch nutzen, wie ihr sehen könnt. Ich habe ihn auch benutzt mit dieser Adresse. Mir wurden hier auch schon diese B2X ausgezahlt, die ich euch hier auch gezeigt habe. Das entspricht 1 zu 1 denen, die ich hier gemeint habe. Und hier steht auch drin, was wir in unsere Batch-Datei schreiben müssen, damit das Ganze funktioniert. Wir haben ja auch eine minimale Pool-Gebühr. Ich glaube von 1,5%. Das ist aber, ja, sage ich mal hier, relativ normal. Auch bei NiceHash haben wir unsere Kosten, ja, finde ich noch akzeptabel. Ein Bitcore ist übrigens momentan 25,79 Dollar wert. So. Wie sieht das dann aus, wenn ihr den Miner runtergeladen habt? Ich habe das jetzt, ja, ich habe es in einem NiceHash-Ordner, NiceHash-Miner-Ordner entpackt. Warum? Weil ich meinem Anti-Viren-Programm gesagt habe, in dem NiceHash-Miner-Ordner brauchst du nicht nachzuschauen, weil ihr wisst, die Miner werden immer als Virus erkannt, weil viele Hacker die Miner nutzen, um auf irgendwelchen PCs für sich minen zu lassen. Deswegen werden die grundsätzlich als Virus erkannt. Deswegen habe ich hier eine Ausnahme hinzugefügt für den Ordner. Dann habe ich hier diesen, ähm, bin in den GPU-AT-Ordner gegangen, weil das ja für die AMD-Grafikkarten ist. Ich habe ja eine AMD-Grafikkarte, habe das Ganze entpackt. Dann habe ich genau das hier gesehen, was ihr hier jetzt sehen könnt. Also eigentlich ist es nur, die Dateien entpacken von dem richtigen Miner. Dann sehen wir hier den SG-Miner, den können wir so nicht starten. Wir müssen eine, ähm, eine Batch-Datei erstellen, die ich euch auch nochmal in die Beschreibung packe für die Leute, die nicht wissen, wie es geht. Und, ähm, wenn ihr die dann habt, klickt ihr auf Bearbeiten. Ähm, so hat die auszusehen. Das steht auch hier auf dieser Pool-Seite, wie die Datei aufgebaut sein muss. Fängt an mit SG-Miner.exe, Kernel-Time-Travel, weil das dieser Algorithmus ist. Verbindung zum Pool, ähm, Auszahlungsadresse, das wäre jetzt meine. Hier müsst ihr natürlich dann eure hinzufügen. Das geht, indem ihr hier, ähm, auf Empfangen geht. Wobei hier nicht, sondern, ähm, Adressen empfangen. Und dann habt ihr hier eure, ähm, Adresse. Die kopiert ihr, fügt die genau dort an der Stelle ein. Da, wo das Strich U steht, also wo meine gerade drin steht, da fügt ihr eure ein. Und dann meint ihr genau für eure Adresse. Diese Butch-Datei, da müssen wir jetzt nur einen Doppelklick drauf machen. Und dann geht das Ganze schon los. Wahrscheinlich könnte gleich das Video hängen, wenn es ganz scheiße läuft. Ich hoffe aber, das geht noch so. Und dann fängt das Ganze auch an. So sieht das dann aus, wenn es läuft. Hier gehen die Temperaturen natürlich direkt hoch. Ähm, aber das ist alles in einem, äh, humanen Bereich. Ich habe jetzt nicht unbedingt Angst, dass meine Grafikkarte kaputt geht. Aber wie ihr wisst, ähm, Mining ist natürlich nicht so super geil für die Grafikkarten. Aber wenn ihr eure Grafikkarte ein bisschen nutzen wollt, um zu minen, dann könnt ihr das momentan wirklich wunderbar, ähm, mit dem Bitcore-Miner machen. Und, ähm, mit dem Bitcore-Mining. Wie gesagt, den Algo, den gibt es momentan nicht bei NiceHash. Deswegen ist das gerade so ein bisschen, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal. Also, wenn ihr das Video, ähm, seht, dann wisst ihr Sachen, die vermutlich viele Leute nicht wissen. Ja, so ein bisschen Insider-mäßig. So, also, und was macht ihr da mit den Bitcores? Ihr habt natürlich keinen Bock auf Bitcore oder vielleicht habt ihr doch Bock auf Bitcore und wollt, ähm, Wenn ihr ein Bitcore habt, dann könnt ihr jede Woche 6% mehr bekommen. Die machen immer so einen Airdrop, da kann man sich für registrieren. Oder wenn ihr sagt, was will ich mit Bitcore? Ich will Bitcoins haben. Dann habe ich euch hier natürlich auch, ähm, in die Beschreibung links zu Börsen gepackt, wo ihr Bitcore verkaufen könnt, beispielsweise bei Kryptopia. Dort kriegt ihr für ein Bitcore 0,0028 Bitcoin. Und, ähm, dann könnt ihr eure Bitcores einfach zu Bitcoins machen. Und von da aus, wenn ihr Bock habt, könnt ihr die dann in Euro umwandeln und euch davon neue Grafikkarten kaufen oder euren Strom bezahlen oder whatever. Ansonsten behaltet eure Bitcores, macht vielleicht bei dem Airdrop mit oder, ähm, holt euch was immer ihr auch haben wollt. Ähm, NiceHash wandelt ja alles in Bitcoin direkt um hier. Habt ihr ein bisschen mehr Arbeit, aber ihr werdet, ja, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ähm, mit Bitcore Mining mehr verdienen, als wenn ihr NiceHash nutzt und ihr bekommt schneller die Auszahlung. Deswegen ist das momentan mein Tipp, wenn ihr sagt, ihr wollt minen, nutzt nicht unbedingt NiceHash, sondern geht diesen Weg. Ich finde ihn momentan recht gut. Ähm, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr derzeit meint, also nutzt ihr NiceHash, nutzt ihr irgendeinen anderen Service. Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und bitte schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr von Bitcore Mining haltet und ob ihr das jetzt gerne machen wollt oder ob ihr sagt, nope, ähm, das überzeugt mich jetzt nicht unbedingt. Ja, Leute, das war's soweit mit dem Video für heute. Sofern euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt auch Bitcore Mining und ihr erfreut euch darüber, dass ihr eine Alternative bekommen habt. Ähm, zeigt's mir einfach mit einem Daumen hoch oder schreibt mir noch einen Kommentar. Und, ähm, ja, wollt ihr denn jetzt in Zukunft eigentlich Bitcore Mining oder nicht? Oder wie findet ihr Bitcore? Schreibt mir dazu einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und, ähm, wenn ihr mal ein allgemeines Video zu Bitcore haben möchtet, dann schreibt's mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ihr dürft mich auch gerne noch abonnieren, ähm, sofern ihr meine Videos weiter verfolgen wollt. Wie gesagt, einmal die Woche gibt's ein Video von mir, mindestens einmal die Woche am Krypto-Sonntag. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann, Leute. Ciao! Outro